Willkommen zurück aus der Puste. Da sind wir da oben. Jetzt versuchen wir unser Glück. Diesen schönen Platz, den habe ich schon öfters besucht, aber leider nie aufgenommen. Und wir schauen jetzt, ob wir Glück haben oder nicht. So, da drin liegt es schon. Knopf, wie er da hinten schon fötet. So, da habe ich auch schon mal gefunden. Wir sind jetzt ganz in dem Wald wirklich abgelegen und hinter die Bäume da zieht eine Wandergruppe vorbei. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Aber ja, da bist du nicht alleine schon drauf. Nummer eins heute. Zehn Graschen. Oh, man glaubt es kaum, was im Wald liegt. Uhu. Vielleicht wird irgendeiner die Bäume zusammenpicken. Ich habe keine Ahnung. Oh ja. Nehmen mit, Müll. Oh, nehmt es. Ausgeschaut wie eine Münze. Er wisst mir schon, ein schöner Knopf. So kann mit intakter Öse. Sehr schön. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Und ja, ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht. War noch kurz. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Danke sehr.